Hi Flo, erstmal Glückwunsch. Du warst in der Länderspielpause nicht nur mit der Nationalmannschaft vom Kosovo unterwegs, sondern du bist auch zum zweiten Mal Papa geworden. Wie waren jetzt die ersten Tage zu viert? Die ersten Tage waren sehr erholsam eigentlich, waren sehr ruhig und natürlich überglücklich und sind alle sehr, sehr froh zu Hause, jetzt endlich zu viert zu sein. Wie hast du das alles unter einen Hut gekriegt mit den beiden Länderspielen und der Geburt? Ja, das Timing meine ich perfekt so. Ich bin dann gelandet in Deutschland wieder und dann ging es auch ziemlich schnell los und hat alles ganz gut gepasst. Ja, es scheint dich beflügelt zu haben. Wir schauen auf das Spiel gegen Fürth. Du warst ja nicht ganz unbeteiligt an diesem 3-2 Heimsieg. Wie fällt euer Fazit aus? Ja, für uns war wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Ist egal wie. Und ja, hinten raus ein bisschen unnötig spannend gemacht, aber im Endeffekt sehen die drei Punkte und darüber sind wir glücklich. Bei deinem Torjubel nach dem Freischuss-Tor zum 2-0 bist du, wenn ich es richtig gesehen habe, zu unserem Co-Trainer, zu Frank Kaspari gelaufen. Was hat es mit dem Torjubel auf sich? Eigentlich nichts. Eigentlich habe ich mir eine Wette, dass ich ein Kopfballtor irgendwann mal machen sollte. Wir waren einfach nur, denke ich, alle glücklich, dass der Ball dann glücklicherweise reingerutscht ist. Vielleicht klappt es mit dem Kopfballtor dann ja am Sonntag. Da geht es nach Darmstadt. Was habt ihr euch für das Spiel beim Tabellenführer vorgenommen? Aktuell noch gar nichts. Wir haben jetzt erstmal den Sieg gesacken lassen und fangen dann am Mittwoch auf die Spielvorbereitung gegen Darmstadt an. Alles klar. Wir wünschen viel Erfolg. Danke dir. Danke. Ciao. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020